Was geht Leute? Doki is back und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute wird die Marschall getestet. Ich weiß, es heißt Marschall, aber ich sag Marschall. Hört sich richtig geil an, Marschaller. Spaß beiseite, ja. Heute wird die Marschall getestet und nicken wir uns auch schon den ersten. Und ich hab auf den zweiten auch noch Bock. Und der dritte, den riech ich schon irgendwie. Den vierten genau so, die fünften auch. Scheiße, Mann, es geht hier ab, ey. Die Hoffnung macht Spaß. Oh mein Gott. Alles gleich, ich werfe auf ihn Schockladung, ich schaue aber trotzdem ab. So, fünften, null. Kann mich nicht drüber beschweren. Okay, broken ist einer. Nein, hinter mir ist einer, hinter mir ist einer. Teammate, will die bitte, Teammate. Ja, du bist auch down. Zack. Zack, da hätten wir jetzt. Okay, da ist einer. Kommt, doch. Oh mein Gott, Leute, was ist hier los? Nuclear, Fragezeichen. 8-0. Fuck, der haben den Dings. Kannst irgendwie mit. War mit Geiern. Jawohl. Leute, das wusste ich gar nicht. Wer ist, weiß ich erst jetzt? Okay, nice. Nice. Leute, ich bin der schlechteste Spieler. Bin einfach der schlechteste Spieler. Puh. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, ich bin so weak. Ey, das läuft. Okay, hier ist einer. Oh mein Gott. Nein, er wartet auf mich. Er will mich so holen. Ey, nein, ich habe Angst, dass ich mich selbst... Oh mein Gott. Ey, bringt mich selber um. 17-0 gerade. Ich habe noch Vorrede, aber weiß nicht, wo ich die einsetzen soll. Okay, gehen wir erst mal nach hinten. Safe machen. Ey, Leute, ich will gerade sowas noch flawless raus. Komm, gib mir was Gutes. Komm, geschützt, geschützt. Mach Arbeit. Und, und, und. Was kriegen wir? Wiedergeschützt. Nice. 19-0. Ich meine 20-0. Ey, was fällt dir ein, dass du geil an, Mann, hier. Haha. Das ist so geil, Mann. So mies. Okay, so. Ich glaube, die müssen jetzt eigentlich wieder hinter mir spawnen, oder? Nee. Scheiße, die haben Drohne. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Ja, deswegen. Die warten mal so. Oh. Das kennen wir schon. Gut. Gut, dass er hier gespawnt ist. Okay. Ich habe so Angst gerade, ne? Da ist die Drohne. Safe destroy. Und mach Boom. Leute, das wird was. Ich spüre es. Komm, mach auch noch so ein Double. Komm, einer geht noch. Einer muss noch. Ey, die haben wieder Drohne, Mann. Teammates. Okay. Da muss er unten sein. Okay, das ist da. 25-0. Oh. Shit. Come on. Let's do this. You know what I'm saying? Oh fuck. Das ist jetzt mies. Das ist jetzt mies. Das ist jetzt mies. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein. Wie ernst sie auf mich drauf gehen. 27-0. Egal. Kann man nichts machen. Weiter. Also die Waffe macht mir gerade echt viel Spaß, muss ich sagen. Oh mein Gott. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Den Törnern des Jahrhunderts kassiert. Erstmal mein Geschütz abdecken. So. Alles klar. Jemand ist, glaube ich, dort oben. Oh nein. Bam. Oh mein Gott. Schocker dumm. Ah. Schade. 29-3. Es läuft richtig gut. Hätte ich echt nicht gedacht. Komm, welcher Mensch. Sag mal, welcher Mensch macht solche Laufwege wie der hier. Ich will Turn on. Ich führe das selbe. Nee, Mann. Will ich den Tod auch noch jetzt so kassieren, ne? Ich würde es nicht hochladen. Oh mein Gott. Ich könnte Triple Feet machen. Können wir da nicht schlucken. Aber man muss irgendwie bei der Waffe nur auf Nahkampf gehen. Also auf Distanz. Geht sie gar nicht. Ey, wie das ein Doppelabschluss. Leute, was geht hier ab, Mann? Okay, nice. Broken. Okay, die Metat in. Brünchen haben wir jetzt auch. Montage. Montage. Nein. Fury Bastino, den Cannon war auch schon. Komm. 6, 5 gilt es noch. 37, 5. Scheiße. Scheiße. Komm her, 101. Alles klar, der wechselt. Ey, der macht so miesen. Ich dachte jetzt so aus. Wieso? Bam. Bam. Und 39 zu 6, Leute. Shit. Ging das ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Das war es von mir. Die Waffe ist echt riesig im Nahkampf. Aber nur mit, ähm. Wie heißt das nochmal? Boah, das ist gerade aufhänge ich hier. Ne, wie heißt das? Akimbo, genau. Mann, Mann, Mann. Bin ich hier auf Rillo oder was? Ja, mit Akimbo geht die recht gut ab. Auf Nahkampf, auf Combine, auf Nuketown. So wird die recht krass abgehen. Aber die Waffe kann auch ziemlich abfacken. Aber nun gut. Keine Waffe ist perfekt. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten und das Kommentieren nicht vergessen. Haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.